Es war viel besser, als ich gedacht hätte. Also ich fand die Solisten richtig toll. Also das hat mich auch sehr überrascht mit der Stimme. Der Gesichtsausbruch war irgendwie auch so, die, die ganz glücklich und war lieb war, die hat auch voll glücklich ausgesehen. Sprechen, dann A Cappella singen, dann sage ich wieder eine Kleinigkeit und dann das Ganze nochmal mit Orchester und den wunderbaren Instrumenten dazu nochmal zu hören. Wir benutzen verschiedene Karinets, weil sie unterschiedliche Sounds haben. Also zum Beispiel in der Orchester, ich benutze ein C-Karinet, das ist ein sehr... Ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass Sie, dass ihr alle da seid. Fangen wir doch zunächst einmal an, die Handlung zu erzählen. Denn worum geht es eigentlich in dieser Leonore? Das ist eigentlich so eine Art Mischung aus Thriller, Krimi und Liebesgeschichte. Das ist ein magischer Trick, der geht... Dann macht die Gewünschte, die Kaninchen ist tot. Sie sind immer noch ziehen. Sie schauen aber ein bisschen anders aus. Man wusste halt schon so ein bisschen was darüber, wusste so ein bisschen so was über die Menschen, so dass es viele Nationalitäten gibt und viele Sprachen gesprochen werden. Das ist ein sehr wichtiges Mal. Ich kann mich auch sagen. Das ist ein sehr wichtiges Mal. Also, es ist ein sehr wichtiges Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.